hier sind ein paar knüppel die uns nichts bringen was ist mit gebrauchsgegenständen nichts rüstungen verlorene augen ketten rüstung regeneration außergewöhnlich außergewöhnliche ketten rüstung leder rüstung entschlossenheit plus drei wirst du was ja damit vielleicht kann ich was aus meinem versteck als gegen fand geben verzauberung typ absteigend ein paar gute kriegshemmer weil wir haben ja da oben besondere kriegshemmer ein paar deutsche äxte ihr schild außergewöhnlicher morgenstern zwei außergewöhnliche schwerter guter kriegsbogen kann auch weg obwohl der sollte nicht weg jetzt gucken wir aber mal bei den unverzauberten sachen so der spiel ist fast wertlos die bücher habe ich auch immer noch alle guter kriegsbogen kann einer weg guter kampfstab da ist morgen stern doppelt später werte habe ich ja außergewöhnliche genauso wie den panzerbrecher da habe ich auch einen außergewöhnlichen zweihänder sie nicht so aus gute pique gute akibus gute zauber stopp gutes zepter weg mit dem zepter und handeln so ok damit dürfte ich meine entschlossenheit schon mal pusten vier entschlossenheit das hat aber nicht weggebracht ach so ich habe ein ring der plus zwei entschlossenheit macht ich sage bloß ich habe meine entschlossenheit nie auf ich habe meine entschlossenheit auf elf ja tatsache warum habe ich nur elf entschlossenheit es kann doch nicht sein dass mir irgendwas die entschlossenheit sinkt oder und ja ich bin nackig wahrnehmung heimlichkeit wahrnehmung macht na kommt sie die mal wieder an und legt den habe ich den tollen ring jetzt hier rein gestopft trotz konzentration ach nee da ist der ring na gut ja und da fällt mir ein edder vergleich mal die beiden sachen hier du bist außergewöhnlich das heißt du machst viel mehr schaden hast schaden als austausch wiederhergestellt kritischer schaden können wir die noch mit irgendwas verzaubern also du bist schon mal außergewöhnlich entziehen und vernichtung wir können dir noch eine peitsche geben und dann könnten würde ich halt irgendwann noch hervorragend machen wir wir einen safir hätten ja warum nicht so und das heißt mehr schaden für edder das kann man zu paligina dann nimmt dass da keinen platz mehr weg willens amulett geht auch mal weg sehen gut wir brauchen immer noch schriftrolle den schlossenheit zeig mal was du hast du hast leider nur essen ok du siehst aus wie eine die mit schriftrollen halten handelt tränke oh rubine und saphire die nehme ich doch bitte mal st gyranshorn pilgerkronen ne du handelst mit tränken aber die rubine die hätte ich gerne so denn jetzt erst einmal mache ich meine schutzmauer hervorragend so und damit ist sie super heftig du bist bereits hervorragend du bist nur gut kann ich dich noch auf außergewöhnlich machen ja ich habe ja vitrakirne und rubine so für solche sachen hier diese du bist schon außergewöhnlich aber hervorragend kann ich dich nicht mehr machen dafür brauche ich eine adra drachenschuppe naja wie steht es bei dir du bist auch schon außergewöhnlich dafür brauche ich auch eine adra drachenschuppe ok und für dich wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich für die ganzen guten sachen die ich hier habe hier als andere hätte ich du rins und du hast was ich habe ich nie verbessert für außergewöhnlich bräuchten wir den saphir aber dafür die habe ich verbrezelt na gut dann machen wir dich erst einmal gut das ist es wenigstens zwei schadensreduktion du hast acht schadensreduktion das ist lächerlich anlauf kein wunder dass du immer so schnell stirbst und zauber kostet zwar etwas geld aber können wir uns leisten starren des adragan oh ja das ist gar nicht mehr so schlecht und das hier auch wenn da steht keine nutzung mehr übrig zauberbuch abkühlung aktiv also keine nutzung mehr übrig ja ok das erklärt und da steht wird sogar mittlerweile drüber angezeigt auf welche widerstand das geht so gucken wir mal event also das ist ja das ist die die mir besondere angebote gemacht hat was ist mit deinen sachen du hast knallen du hast drachen ja im holzfigur einer spinne fallen und camping bedarf also nö nix vom belang für uns gut das heißt sollte ich vielleicht zuerst nach ketten uhr reisen und gucken dass ich da mindestens zwei so entschlossenheit schrift rollen krieg und raste dass ich vielleicht bei dem gespräch jetzt gleich im rat sei vielleicht was besseres sagen kann ja warum nicht ja warum nicht also verlassen wir erstmal die zwielings ulm wolf begleitern wolf begleitern haufen gefährten stagia stammes angehörige also einmal bitte nach gott da war wir auch schon lange nicht mehr in ketten uhr das dauert fast zwei tage wir gucken wir jetzt erst einmal unsere beutetruhe ist das herum liegt dann nach zwielings ulm zurück also ja rasten finden schlossenheitsbonus und alle diese späße ich hoffe dass hier dem tempel eine schriftrolle finde die meine entschlossenheit steigert aber müsste es eigentlich geben hauztes großen westlichen jürgens hatten die haben wir glaube ich schon ein paar mal aber warum nicht ja hier in der kapelle abgucken wir zuerst die kapelle wenn sie gleich hier am anfang ist dass ich mich gleich ärgern kann dass ich da nicht die passende schriftrolle kriege hau 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 Priester. Was hast du anzubieten? Ernsthaft? Das ist jetzt blöd. Kaufen wir wenigstens dann unnützes Zeug ab. So, gute Roben kannst du auch noch alle haben. Gute Rohhautrüstungen haben wir eigentlich eine außergewöhnliche. Außergewöhnliche Lederrüstung kann eine weg. Ein guter Schuppenpanzer. Blutgesenktes Genkultistenrohbe die kann auch weg. Da ist ein guter Schuppenpanzer und noch ein guter Schuppenpanzer. Ach so, der hat Gewandtheit plus eins. Na komm, dann kann der weg. Dann können noch hier die paar Sachen, die Primitiven weg. Schwacher Umhang des Schutzes und der Abwehr. Behalten wir mal. Bärenhaut. Stagia Fangzähne. Klaue eines älteren Bärenwolfsäute. Noch mehr Stagia Haut. Löwenfangzähne. Flitzstein und Zunder. Löwenhaut. Ja, wir haben den Enterhagen. Wir haben Brecheisen. Dietrich. Haben wir noch was Verkaufenswertes? Winziger Käfer. Nö. Orangefarbene getigerte Katze. Nö. Viel Spaß damit. Dann müssen wir im anderen Laden oder in den anderen beiden Läden mal nachgucken, was die so haben. Also das war ja jetzt wirklich ärmlich. Der hat zwei Schriftrollen in seinem gesamten Sortiment gehabt. Kommt schon. Ich brauche Entschlossenheit 19. Ich frage mich immer, warum ich so wenig Entschlossenheit habe. Das heißt, Halle der Magie-Schmiede, Handwerkshalle und dann im Kuriositätenladen. Wobei ich nicht glaube, dass wir in der Handwerkshalle viel finden werden. Außer wir können was zurückkaufen dort. Das müsst ihr nämlich echt zum Kupferweg reisen und dort nach passenden Sachen suchen. Hallo. Was hast du denn an Gebrauchsgegenständen? Nix anzubieten. Gut. Ach schön. Mist. Aber du kannst jetzt ein Zunderschwamm oder Rieselschwamm hier haben. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Ha. Ja, ich finde das jetzt richtig blöd. Der Magie-Schmiede hat sicher nichts. Unser Magie-Schmiede könnte man auch Schriftrollenherstellung verstehen. Also es bleibt noch die Alchemistin in Dürfurt und irgendwer auf dem Kupferweg. Das kann doch nicht wahr sein, dass es irgendwo in Schriftrollen die Entschlossenheit zu kaufen gibt. Hallo du. Was hast du was mal zur Hölle macht ihr in meiner Festung? Ehrlich, was habt ihr hier verloren? ist machen. Vielen Dank.